Was bedeutet das, was bedeutet das, was bedeutet das, was bedeutet in den Unternehmen? Wir sind Mitveranstalter eines dieser utilisationsfragen. Es geht um die Glaubwürdigkeit von Nachhaltigkeitsbemühungen in Unternehmen. Was bedeutet das? Wie kommunizieren wir das? Was bedeutet das, was bedeutet das? Smart im wahrsten Sinne des Wortes, also es soll wirklich etwas Intelligentes und kreativ sind. Und dieser Tag geht heute Anlass um Beispiele abzuholen, um sich inspirieren zu lassen. Und wir haben genügend Ideen, es braucht einfach das Make. Die Gegenbotschaft mit meiner Sälderin ist, es macht Freude, nachhaltig unterwegs zu sein. Ich hoffe, der Tag ist noch lang, wir haben erst 10 Uhr und ich bin ganz gespannt, was alles kommt.